Herzlich willkommen jetzt im zweiten Teil von Zootaikon. Wir haben jetzt schon die Löwen gemacht und ihr müsst euch irgendwann mal das andere Video angucken, weil wir jetzt auch bengalische Tiger machen wollen. Ach, hätte ich ganz vergessen. Einsetzen, Aufgaben geben und so ein bengalischer Tiger übergehen. Dann bengalisch, weißer bengalischer Tiger. So, so. Ist mir schlässig, glaube ich, ihr zu viele seid. So. Äh, was brauchen sie alles? Sie brauchen mehr Grasgelände und mehr Süßwasser. Gut, kann ich den geben. Will ich aber nicht, nein. Äh. Ich meine, die wollen gerne schwimmen. Was zu viel Süßwasser nicht genügend Erdgelände. Okay, das kann man begeben. Zu viel Süßwasser nicht genügend Rödenbogenwold. Zu viel Süßwasser. Ja, einfach noch zu süß. So, so. Okay, das ist wieder beseitigt. Was brauchen die denn für Pflanzen? Schumann grobe. Grobe, mangrobe, mangrobe. Scheiße. Wir haben keine Mangroben, kommt die damit. Wollen sie nicht? Okay. irgendein Ding muss doch gehen was die wollen ach, das mögen sie brauchen mehr Felsen, um glücklich zu sein das will jeder Felsen über Felsen nicht genügend Unterstände Unterstände ist ja jetzt nicht das Problem Tierpfleger rein und Tierpfleger setzen langsam müssen die hier mal hungrig werden sind wir mal keine ohne Menschen wir setzen eine Toilette hin eine Toilette oh und Müll, nie vergessen, Mülleimer Mülleimer, Wolleimer sonst irgendwann versaut euch hier überall alles was könnte man noch was ist noch witzig Riesenchen zu klein zu klein Ah, zu klein zu klein zu klein ne, 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 die Verrochen einfach zuviel da könnte muss reinsetzen und Schneeleopard großer Stahl Schnee, Schnee Schneeleopard ein Wartungsarbeiter und haben wir die Anzeige der Zoförer haben wir keinen drin, okay ein bisschen mal den Eintritt erhöhen und ein bisschen mehr oh, wir können den Zonarm ändern das kann man natürlich auch machen Eingang zum Dinosaurio Jo so so gut aus was könnte man als gute Deko machen ein Natursstand ne wenn du was und fließt was könnte man bauen was könnte man los können können wir leider noch nicht bauen da wer man braucht diesen dämlichen Fehlto für für was steht da für Kinder kaufen diese Achtung ist für Gehege ungeeignet Kinder werden und die Landschaftsgestaltung machen genau kann man jetzt hier auf einsetzen oder warte man könnte jetzt hier so 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 Eingänge bauen damit das alles schön aussieht dann noch mit so 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 die wir haben ja schon da kommen irgendwann die tränke den neuen und das was nur wir finden zweiten Part